Hier habe ich jetzt das WM-Modell vom PumaOne 1 Grip, der bei der WM gespielt wird. Und wie ihr seht, das ist bereits das neue Modell. Das heißt, wir werden im Mai bereits den neuen PumaOne Handschuh auf dem Feld sehen. In einer ganz speziellen WM-Farbstellung, heißt in diesem grün und der ganze mittlere Bereich ist mit dieser Folie, das eben diesen super Glitzer-Effekt für die ganz speziellen Momente im Fußball reflektieren soll. Generell hat er auch wieder eine Bandage mit einer Latexriegel für einen sicheren Sitz. Finger sind aus Latex. Wie gesagt, unteren Bereich Folie und hier haben wir wieder den Wrap, der von oben kommt. Getragen wird der Handschuh unter anderem von Rui Patricio, Portugal, Muslera von Uruguay. Dann werden wir SM El Hadari von Ägypten haben und bestimmt noch ein, zwei weitere Torhüter. Applaus Applaus Vielen Dank.